Hallo und willkommen zurück. Ja, ich bin schon unterwegs. Warum? Eigentlich hatte ich die Folge schon angefangen, aber dann ist mir da die Aufnahme abgerauscht. So, das ist so. Nach dem Neustart zeigt das alles richtig und schön an. Und wir haben noch diese Insel da. Naja, also das da. Nein, nein, nein. Achso, so, da. Oh Gott. Ey, ich würde so abkotzen, wenn ich da jetzt wirklich drauf sitzen würde, ne? Ey, ich bin echt nicht für Höhen. Also so, so gar nicht. Nein, 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 nein. Bitte geh wieder hoch. Bitte geh hoch. Bitte geh hoch. Geh hoch. Komm. Ah, gut. Oh, schön hier. Okay. Ja, ja. Ey, Moment, sind das nicht Mutanten? Ja, Mann. Das heißt, wir haben die Mutanten gleich. Oh, cool. Der still funktioniert. Ja, aber scheiße, dass ich in die Füße schießen kann, ne? Gädem. Herrlich, herlich, herlich. Oh, 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 oh. Den Ding können wir mitnehmen. Ach, sind beide toll. Ach, so. Die Kronoli. Haben wir noch Platz für die Kronoli? Hier haben kein Platz mehr für die Kronoli. Ne, gleich haben wir Platz. Ne, ne. Holz? Ne. Ne. Hä? So. Komm, ja, weiter kommen wir heran. Nein, 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 wie schlimm. Hä? Was ist der andere? Kommst du doch raus? Komm, ich will da jetzt nicht runterkommen. Toll. Ach, guck mal, das ist zwei Platz. Ich finde, wir haben zweimal Platz. Was haben wir denn hier drin? Na, komm, die Schwefel brauchen wir erstmal sowieso nicht. So, was haben wir hier? So, dann, komm mal hier. Nein, mein Pferd noch mal aus. Ja, gut, das Bild noch weiß. Also, jetzt haben wir den Bereich hier gekrient. Und wir haben die Mutanten ausgelöscht. Diese kleinen Dering-Bastarde. Wuhu. Ah, okay, hier oben wäre die Flache auch nicht weg, gell? Na, egal. Hui. Ja, geil. Also, ich hoffe immer, dass das auch Ziel ist, dass wir die alle erobern. Aber im Großen und Ganzen schon. Ich meine, die würden sich ja sonst errächen. Na, aber Mutanten dürften uns theoretisch jetzt auch nicht mehr angreifen. Ich glaube, haben die auch schon ewig hier nicht mehr gemacht gehabt. Wenn, dann kamen ja nur links an, die krassen mit den krassen Wummen. Oh, das sind die ganzen Flanken, das ist jetzt ein bisschen böd. Ne, hm, hm. Wackelst du mir das nicht ganz schön? Ja, auch damit. Machen wir so. So. Das dürfte passen. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen so. Bisschen so. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen so. Bisschen höher. Bisschen so. mit runter runter und ja gut das heißt nicht so schlafen so sieht es so aus nee da will ich es eigentlich nicht dran machen ja komm das reißen wir mal wieder ab hier noch gut was haben wir denn alles mehr stoff haben kann ich nicht mehr klebe und auch nicht tierprodukte sehe ich jetzt auch nicht schweife nö, kohle nö, schießt doch sich zusammen munition mhm, elektroteile das sieht zurzeit echt gut aus nö, nö, nö so nö, nö, nö nö, nö nö oder nö, doch nö, kann nicht glas ja marmon nö sei ja nö plastik definitiv nicht Holz nö Komponenten ja das wird noch schon mal besser aber gut so den Waffen richtig was wir hier behalten besser bessere Leistung als die lange dauern mhm, wir behalten es mal damit wir den einmal haben ja, ne das ist wahrscheinlich wie die Mauser machen wir also da hin genau wie die denn hier und jetzt kommt das nach oben so ab in die Küche wo dann hier trinken konservi erreicht dann hier da mal komm komm ok denn könnte jetzt meinetwegen noch in keinen Angriff kommen können wir die Teile ausprobieren aber na jo ok so was haben wir jetzt hier grob drin da 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 ok denn stopp ja lebe und ja äh tiefbruchte ja ja dann haben wir nö holz ja sieht auch schon mal ein bisschen besser aus ähm schrackgenerator haben wir nicht doch aber auch ok ne das war jetzt richtiger hier da komm dann kann man morgen auch mal wieder hin ne ähm Munition oh passt ja also Anbrustbolzen brauchen wir keine mehr mehr mit dem moment das war's heil äh, nicht heil oder so voll geil okay Hose Lederjeans so ein Pferdchen hat man doch irgendwo schon mal hier wir stellen es einfach mal grob jetzt mal produzieren irgendwann wird es mir so hart auf den Sack gehen dass ich dann abende okay, jetzt haben wir noch einen Fisch jo, nice nice, nice, nice ah, wir haben noch Zeit macht der alte hier schon wieder da Stress gab es eigentlich wieder reichlich Strom jo gut, was stellen wir jetzt an theoretisch eigentlich wieder vorbereiten viel mehr im Grunde würde ich auch erstmal ein bisschen was vorbereiten äh, also sammeln dazu würde ich eigentlich noch ein paar Inseln absuchen jetzt können wir auch eigentlich mal schlafen fertig haben wir den hier ja, passt ding, 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 ding dann gucken wir mal, wo wir hinwollen ach so, hier ähm apartments, dorf gut, dann und los 0% echt oder warum noch sind die jetzt schon so kraft wieder nachgespawnt raffinerie 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 könnten wir eigentlich wieder hin ein Ding holen anastase und so da brauchen wir eh für die Batterien ja, dann nee, nicht da Türchen zu Türchen auf Türchen zu so so im Grunde brauchen wir noch mehr Strom scheiß alter damit wir hier außen auch alles schön beleuchten können ok, der ist wie ein bisschen leer oh, wenn es hingeht wo müssen wir jetzt lang wo wollten wir jetzt hin ach hier, raffinerie und noch da ein guck gut, technisch könnten wir eigentlich auch so eine fetten Insel jetzt rauchen aber noch mal umziehen ich weiß nicht was sagt ihr dazu? wollen wir noch mal umziehen? auch eine krassere Insel, die ein bisschen hübscher ist ich hab mal so eine Dinger mitnehmen sollen, war toll ach man manchmal könnte ich mich selber aufweigen hallo Anastase oder war das jetzt ein falscher Berg ja, war ein falscher Berg Gott so, gut da das Ganze hat gleich wieder ein großes Ende weil der Depp zu blöd war Taucherflaschen mitzunehmen ok, hier haben wir noch zwei das sieht aber noch zwei hier aus ok, oder auch nicht komm schnell dann tauchen wir nochmal fix unten rein Spitzsack her weg wo war der Eingang nee, die will ich noch haben wo war jetzt der verdammte Eingang? da ach shit die Sauerstoff geht äh, die Sauerstoff der Sauerstoff geht runter das neue da brauchen wir das will ich haben das will ich haben das will ich haben das will ich haben Schatz denn hier will ich haben schnell, 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 schnell schnell gut, wahrscheinlich wenn ich alles mit E drücken würde würde wahrscheinlich noch besser gehen Ok, raus, raus, raus wo geht's hier raus Scheiße wieder nicht da uiuiuiui 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 uo Ja, ne, komm. Ich fahr noch mal zurück. Hol'n die Dinger. Ist erst nicht weit. Ich glaub, bei Tools oben hatten wir die. Oh, wer weiß, vielleicht spawnt er bis dahin was zurück. Oh, na. Die Ideen hätte ich schon fürs Bauen, ne. Hab ich jetzt auch nicht so die Lust, das Material dafür zu farmen. Weil wenn, ne, würde ich natürlich schon riesig machen. Also halt so richtig schön übertreiben. So, hoi, wir können das ja schon mal wegsortieren. Ja. 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 doch wobei ich glaube das haben wir auch vielleicht nicht die beste idee ich hatte das ist auch nicht mann trottel er ist doch wesensgerecht machen können die wahrscheinlich auch aufbüllen na ja wir kennen es ja von mir gute positive an den flaggen ist wir wissen immer wo es ist so moment ja wo ist der Weg du Fisch so können wir jetzt in Ruhe gucken machen wir mal Lichtjahren ach komm ach komm wir bringen jetzt mal alles hier also soweit es geht naja gut ausschaut die Digga da ging die raus ne und krieg die raus dann haben wir alles Okay. Metall brauchen wir ja eh. Wir werden und wollen jetzt demnächst auch das Spiel nochmal fett überarbeiten, was Grafik und so weiter angeht. Unterwasserwelt soll schöner werden. Auch grafisch gesehen. Was ist denn da ein Hammerhai? Was ist denn da ein Hammerhai? Was ist denn da ein Hammerhai? Ne, da gehen wir mal gucken. Warum ist da ein Hammerhai? Komm zurück! Kommt! 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 Wir müssen die essen! Machen wir die schon mal. Kommt! 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 lorsqu povo oppression! Kommt! Ratsch! Kommt! haben wir jetzt ist der wieser kopp düsen wir ab wird nicht scheiße dunkel darauf habe ich keinen bock hier wahrscheinlich auch nicht weil ihr könnt denn sowieso schlechter die nach sich darum haben wir alle keinen bock schön wäre wenn das boot auch noch mal licht hätte müssen wir die erst recht in dieser nacht oder irgendwo eine küste lang fahren und davor den griff offen liegt immer wer unbericht ein bisschen blöd So, den Krumm wieder on. So, Vorsicht, Vorsicht. Schon wie die falsche Tasten. Mann. So, Platz haben wir. Dann, ich will dieses Ding auch für hier haben. Bin ich ehrlich, will ich. So, dann sortieren wir es nochmal zusammen ein. Wobei, A31. Ich meine, es ist jetzt nicht das Döllste, aber ich würde sagen, ich mache das Solo nochmal fix. Dann hole ich den rein, wenn ich fertig bin. Und dann bereiten wir wieder ein paar Besatzungsflaggen vor. Und dann legen wir nochmal los. Also Leute, macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.